Und ja, Pokémon Tekken. Da geht's los. Jetzt ist natürlich die Frage, was für ein Pokémon nehmen wir. Ja, da Sadie mit Glorath ziemlich gut kämpfen kann, denke ich mal, werden wir auch Glorath nehmen. Manche sagen, dass Suicune so einen etwas schwierigen Charakter zu spielen wäre. Ich sag mal so, ich komme mit Suicune eigentlich einigermaßen gut zurecht. Ich weiß zwar nicht, wieso, aber in diesem LP bleiben wir bei Glorath. Sie wird auch deine Stadt genannt. Meine eigene Stadt, okay? Ja, dann machen wir das mal. Meine Idee, das hasse ich manchmal an Spielen. Ja, das hasse ich manchmal an Spielen, wenn du sie anfängst. ZU VIEGE QUATCHE! Soll ich lesen? Nee, ich kann es ruhig machen. Wir können natürlich einen Pokémon wählen, mit dem wir trainieren wollen. Aber da wir natürlich mit Glorath spielen wollen, werden wir Glorath auch zum Training benutzen. Ja und... E und Y. Ich nehme, glaube ich, den anderen. Oder so. Du musst schon treffen, ne? Ja! So, wir machen jetzt nur noch das Training für Fortgeschrittene. Und dann, denke ich mal, machen wir uns schon auf den Weg in die Liga, ne? Genau! Also dann! Verschleiß! Jetzt sind wir bei der Fummel 1. Aha! Kommt dir das bekannt vor? Hm? Try to pit an Opponent using a ranged attack with a phoning attack. Okay. Du sollst einen Verfolgungsangriff machen. Oh! 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 Hat noch gereicht. When your opponent, you turn it! Finish! Jawoll! End? Damit haben wir das Training jetzt auch beendet. Oh ne! Nein, die musst du jetzt erstmal nicht machen. Deswegen würde ich mal jetzt sagen... Wollen wir jetzt in die Liga? Ja! Mit dem D-Rang. Also... Also kannst du als erstes... Also wirst du... Du kannst du als erstes an der grünen Liga teilnehmen. Genau! Hey! Was ist los? Etwas nervös? Nein! Los geht's! Oh! Jetzt... Die legt ja schon mal gut los, ne? Ja! Und... Bam! War das so ne gute Idee? Ja, was? Ich wollte grad sagen! Der war schon... Am Boden! Au! Na? Äh... Ja! Mann! Jetzt komm schon her, du! Warte noch! Warte doch noch! Oh doch! Hast du doch getroffen! Glück gehabt! Hä? Ich hab das auch geil! Und... Auf Wiedersehen! Was? Eifgall! Du bist ein Drache! Ich bin ich! Ja... Perfekt! Aber wenigstens das! Kein Schaden bekommen! Ja! Und tschüss! Und... Tschüss! Der Duell-Phonse geht das! Perfekt! Perfekt! Hast schon gewonnen! Voll der Angeber! Wer? Glurak! So wie er gerade steht! Er hat nämlich so ein bisschen an Mega Gewalt rum! Ah Scheiße! Hoppala! Hey, sag mal! Geht's dir noch gut oder so? Offensichtlich nicht mehr! Dann! Tschüss! Pwax! Aha! Und genau wo seine Limit-Einzeige leer war! Trotzdem bin ich noch nie wieder gebackt! Vollpfeffer! Ja! Ah! Drachenklaue! Ah! Verfekt! Phasenwechsel! Oh! Sag mal! Geht's dir noch gut? Nein! Ich... Ja! Einmal... Bumm! Und gleich loslegen! Ja! Ja! Alter! Die Komu trifft immer und immer wieder! Ja! Ich weiß! Und jetzt geht's so! Jetzt geht's weiter mit Pikachu! Schon wieder! Pikachu ist irgendwie beliebt hier, glaube ich, oder? Mhm! Ja! Let's save some fun! Oh ja! Fiezel! Du fagst immer wieder mit einem Fiezel an! Ja! Keine Ahnung warum! Ich find's geil! Aber jedes Mal! Jedes Mal immer das Gleiche, ne? Ja! Irgendwie müssen wir schon! Oh! Denkst du auch an das, was ich denke? Aber erstmal noch! Ja! Schönen Feuerball! Danke dafür! Geht auch voll rein, ne? Ja! Oder der! Aber jetzt! Und tschüss! Und schon wieder perfekt! Ich glaube es hatte nur 1 Kp, damit die Aktion zu Ende geht! Ja! Glaube ich jedenfalls! Nein, nein! Beim Limmelschlag hast du rechts auch mal gesagt! Ey komm! 4 Sterne! Was? Ne immer noch 3,5! Die hassen mich! Die hassen mich! Nein! Nein! Lass mich nicht! Sag mal! Das ist doch ganz knusper! Knusper! Du bist doch ganz dicht! Du bist doch ganz betrost! Ja! Jetzt kommt hier mal eine richtige Kombi zum Einsatz! Oh! Das reicht schon! Dafür brauchen wir den Limmelschlag noch nicht rein! Oh Mann! Dafür brauchen wir den Limmelschlag noch nicht rein! Richtig gemein! Ich auch nicht! Okay! Achso! Ach doch! Hattest du recht! Sag ich! Ich hab mir schon gedacht! Da war doch irgendwas dran! Aber nicht am Hals! So als Armband! Richtung Brust hingeht es eigentlich! Ich glaube ich nehme meinen Lieblingsangriff! Boom! In den Boden gestampft! Fertig! Alter! Der Kapp hat nie mal 2 Minuten gedauert! Echt jetzt? Und dabei haben wir vorher noch die ganze Zeit gequatscht! Und jetzt kommt dein Lieblingspuffer an Patrick! Ja! Aber das kannst du ruhig platt machen! Solange ich es nicht spiele ist es nicht so schlimm! Oh! Ich will nicht sagen, aber Suicune sieht irgendwie so ein bisschen eingebildet aus! Es ist ein Regen! Und dann wartest du! Autsch! Oh ok! Jetzt hast du es übertrieben! Äh ja! Merkt man! Oh ja! Immer wenn ich... Ja ok! Alles klar! Ok jetzt regst du mich aber auf! Jetzt habe ich die Schnauze voll! Ja hab ich auch! Nein! Autsch! Nein! Alter! Hast du es bald mal? Komm mal! Jetzt! Jetzt! So jetzt habe ich die! Ja war! Ja! Wow! Gut ausgewichen! Ja am Anfang haben die immer so einen Angriff! Distanzangriff! Ja! Ah! Und 10... Limits! 10 Limits! Limit Fan! Ja das war ja klar jetzt! Ich weiß was es jetzt sofort macht! Deswegen? Ne! Oh ok! Das ist mir 2 mal machen! Ist mir egal! Ist mir egal! Tschüssi! Ja locker! Das ist jetzt klar! Ja locker! Ja locker! Das ist jetzt klar! Ey! So viel dazu! Ne! Und dein nächster Gegner ist entweder Glurak oder Machomai! 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 Ey es ist nie Wunder! Ja! Wozu Burst einsetzen wenn er eh gleich K.O. ist! Ja! So nach dem Motto! Nein! Die... Die war schon leer! Ich habe da gar nicht drauf geachtet! Ja auch nicht! Der blockt! Oh! Gegen Knackrack! Oh ich flotte aber! Oh das wird lustig! Ja du dankst du zu mir noch! Oh! Ja! Damit war es das! Wir sagen Tschüss Liga D, Hallo Liga C! Mann war das schwer! Na ja am Anfang hattest du ein paar kleine Probleme gehabt! Ja! Nein! Hallo mein Freund! Na super! Na super! Viel Spaß! Oh den werde ich haben! Okay ich gebe zu etwas nervös bin ich schon ne? Na dann viel Spaß jetzt dabei! Komm her! Ja! Ey ich nehme nur noch packen ne? Ich nehme nur noch packen! Ja auf dieser Distanz bringt das eh nichts! Okay die Resonanz! Ja okay! K.O. Ja! Alles klar! Gegen das soll ich gewinnen! Genau denn wir haben neue Teams eingestellt! Die Burke und für die Nara! Die Rashi und Elphron und Psyan und Nachthahn! Eigentlich die die wir im letzten Part bekommen haben! Ja also! Ja also! Das ist ein Zusatz! Mal gucken! Ja! Bleibt! Nein! Du musst! Es ging mir sogar ein! Ein K.P. noch! Ja! Was denn? Was hast du noch? Yeah! Heilung! Alter! Okay! Okay! Er leg noch! Er leg noch! Er leg noch! Nicht mehr! Und nicht mehr! Die zweite Runde ist irgendwie immer ziemlich eintönig! Ja! Puh! Sag ich ja! Eintönig! Es leg aber nicht! Ja! Na bist du nicht? Komm her du! Oh! 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 Jetzt haben wir ein Problem! Oh! Halleluja! Er geht jetzt! Oh! Mit rotem Unterkörper! Jetzt musst du nur aufpassen dass du davon nicht getroffen wirst! Oh! Das wird schön! Oh! Okay! Jetzt bist du lustig! Oh! Der Konter hat gesessen! Er wollte mich richtig angucken! Oh! Und der nächste Konter! Wie nach hinten ging! Hm! Okay! Das wird interessanter sagen wir es mal so! Okay! Jetzt wird es interessant! Er hat mich! Ja er hat dich! Oh! 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 Von 60 zu 49! Hm! Das geht diesmal etwas langer! Ja! Weil wir auch weiter hinten starten! Sagen wir es mal so! Weiter! Und was kriege ich? Nichts! Was kriege ich? Nichts! Schade! Oh Gott! Zwei Stück gleich! Der verfolgt mich die ganze Zeit! Das ist die Scheiße! Oh ja! Ui! Aber trotzdem treffen die dich! Ja! Das nervt richtig! Oh doch! Einmal können wir ja! Er hat schon gereicht! Man sieht schon! Unser Angriff steigt sich! Langsam! Steigert sich langsam! Ja! Steigert sich! Puh! Als nächstes! Oh Gott ey! Wir knacken hier alle Kämpfe in einem Boot durch ey! Ein Elektron? Ja! Ich auch! Oder ist es sich auch ein? Alter! Jetzt regst du mich aber auf! Ja! Kappe in der Kinn! Oh! Oh weia! Ich darf nicht abkappen! Ja! So! Noch gesichert in sie! Na das war ja schon ein bisschen knapper ne? Ach! Kein Glücksbruch? Oh! Knackack! Das wird spaßig! Ja! Das wird wirklich spaßig! So! So! Ich muss kurz weg! Damit ihr Bescheid wisst! Du machst jetzt mal den Alleinunterhalter hier! Juhu! So! Dreieinhalb Sterne! Was hab ich verpasst? Ach! Ich hab gewonnen! Jetzt ging Machu Mai! Immer wieder ein neuer Gegner! Mhm! Wir rocken hier alles nacheinander durch! Voll auf die 12! Du kommst nicht durch! Alles klar! Ja! Oh! Ey Kumpel! Ey! Dass du schon vorher deine Resonanz einsetzen musst! Ja! Die werden ganz schön viel! Am meisten Machu Mai! Das ist ja auch Kraft! Mhm! So leicht ist das bei ihm auch nicht! Mhm! Ja! Ja! Steig!